Salut miteinander, wir haben den, was haben wir denn, den 5.2.2020 und in dem Trailer geht es als für die Hauptprogrammankündigung darum, dass der Hauptkanal WEG News Radio, WEG News TV in vielerlei Hinsicht eure Unterstützung braucht. Da geht es dann tatsächlich im Hauptfilm drüber. Viele von euch haben ja schon gecheckt oder den Durchblick, dass der Hauptkanal ganz schön sabotiert wurde. Da gehe ich dann auch nochmal im Hauptfilmchen drauf ein und es ist mir jetzt einfach auch wichtig, da nochmal ein bisschen die Werbetonne anzukurbeln und ein paar Sachen noch loszuwerden, weil WEG News Radio, WEG News TV ist einfach ein bärenstarker Kanal. Tolle Inhalte, tolle investigative Arbeit, tolles Team. Also kann der, kein Alternativ, sondern der Ergänzungskanal Schrumpfkopf TV da ja auch mal was für raushauen. Gut, zu schauen ist das Ganze dann entweder bei tatsächlich WEG News TV oder bei BitChute oder bei VK. Eins von den drei funktioniert immer und bedanke mich dann auch, wenn ihr euch das dann in voller Länge anschaut im Hauptfilm und vielleicht da irgendwie uns unterstützen und bei der ein oder anderen Aktion mithelfen könnt. Okay, tschüss!